15 bis 20 Prozent einer durchschnittlichen Flotte sind jedes Jahr in einen Unfall verwickelt. Die Kosten können enorm sein. Während es natürlich hauptsächlich um die Sicherheit der Fahrer geht, fallen unter anderem auch Reparaturkosten, Gerichtskosten und Imageschäden für Ihr Unternehmen ins Gewicht. Wäre es da nicht gut, eine Kultur der Sicherheit in Ihrer Flotte zu etablieren? Nicht nur durch Regeln, sondern durch ein Umfeld, in dem Fahrern die Auswirkungen ihres Handelns bewusst wird und ihnen dadurch Möglichkeiten entstehen, Abweichungen zu erkennen, zu korrigieren und so der Aufwand für das Schadenmanagement minimiert wird. Unser Fahrsicherheitsprogramm als Kombination aus Dienstwagenordnung und Online-Trainings stellt sicher, dass Fahrer dies auch wirklich verstehen. Außerdem haben wir Tools, die Ihre Fahrer für gutes Fahrverhalten belohnen und dadurch auch motivieren. Durch unser Maßnahmenpaket können Sie Unfallquoten, Kraftstoffverbrauch und Reparaturkosten senken und somit das gesamte Potenzial Ihrer Flotte ausschöpfen. So helfen Sie Ihrem Unternehmen, aber auch Ihren Fahrern, damit Sie sicher zu Ihren Lieben nach Hause kommen. Denken Sie daran, Ihr Fuhrpark ist ein Investment. Höchste Zeit, dass es sich für Sie auszahlt. Unsere OpenFlex-Flottenlösungen helfen Ihnen, dieses Ziel zu erreichen.